Hey, Gude und herzlich Willkommen zu einer neuen Challenge. Ist ja gerade so ein bisschen in Mode, auf YouTube Challenges auszurufen. Deswegen jetzt hier die Feedback Challenge, um das mal zu stil zu sagen. Nee, ist glaube ich nicht so gemein. Egal. Und zwar, warum mache ich das und was habe ich mir dabei gedacht? Ich war jetzt die Woche ein bisschen down, war ein bisschen erkältet und hatte da ein bisschen Zeit, mir Gedanken zu machen. Und da sind mir so ein paar Dinge durch den Kopf geschwört. Zum Beispiel auch Feedback auf YouTube für die YouTuber, für andere Zuschauer. Warum macht man das überhaupt und bringt das überhaupt irgendwas? Oder sind wir das, wie es irgendwann mal alten YouTube- bzw. Rollenspiel-YouTube-Ursteigen vorgeworfen wurde? Fame-Huren und soll uns das überhaupt interessieren, wenn jemand das zu uns sagt? Zum einen, was ist Feedback überhaupt oder was bringt Feedback demjenigen, der Feedback bekommt? Zum einen bekommt er ein Feedback. Also ganz einfach eine Antwort oder ein zurückgespiegeltes Gefühl darüber, wie das, was er tut, bei demjenigen, der das Feedback gibt, ankommt. Jetzt ist die Frage, braucht man sowas? Würde man jetzt erstmal sagen, ob ich da jetzt meinen Senf drunter schreibe oder was auch immer. Ist doch scheißegal, interessiert doch eh keinen. Ja, jetzt passt mal auf. Stell dir die Frage ganz einfach, wie oft oder wie gern kriegst du Feedback für das, was du tust? Wenn du auf der Arbeit irgendeinen Job erledigst und dir sagt jemand, hey, war okay. Oder guck mal, da kannst du was verbessern. Oder boah, was ein Kack. Da denkst du dir auch immer erst, ja, dann würde ich lieber nur hören, ja, aber okay. Ja, aber ist zwar nett, aber dann kannst du ja auch nicht mit deinen Aufgaben wachsen, wenn dir niemand sagt, pass mal auf, so und so, das und das könnte man verbessern. Meine Meinung, wie auch immer, das fand ich nicht so gut. Und es gibt grundsätzliche Redewendungen, die sagt, man kann nicht überlobt werden. Also wenn du immer ein Feedback gibst, sagst du, hey, fand ich gut, damit kann man nichts kaputt machen. Da durchgeringschätzt dich derjenige weniger oder sonst irgendwas. Das ist zum Beispiel, wenn jetzt jemand einen Job schon ewig lange macht. Ganz einfaches Beispiel, was jeder von euch kennt. Jeder von euch wird wohl hoffentlich eine Mutter haben, die schon mal für ihn gekocht hat. Und das wahrscheinlich, seit ihr zu euch zurückdenken könnt oder als ihr auch nicht mehr erinnert, als ihr noch ganz klein wart. Als seid ihr irgendwann, keine Ahnung, Mitte 20, Mitte 30 oder was auch immer und hockt dann mal wieder bei Mutti am Tisch. Und die macht halt ein Essen, was sie schon hunderttausendmal gemacht hat. Und ihr guckt sie an und sagt, hey, Mutter, das war echt gut. Dann wird die euch jetzt angucken und sagen, was will denn der jetzt oder die jetzt von mir? Warum lobt der mich so total Banane? Nee, die wird lächeln und wird sagen, ja, cool, danke. Freut mich, dass es dir schmeckt und freut mich, dass du, vielleicht wird es das nicht sagen, dass sie freut, dass du es ihr sagst, aber hey. Und genau so ist es. Eigentlich im Prinzip sind wir alle irgendwie, also wir die Rollenspiel-Streamer, alle irgendwie die Mütter, die schon ewig lange kochen und auch immer was überlegen. Hey, was können wir Neues präsentieren? Ein neues System, ein neues Setting, ein neuer Spieler, was auch immer. Irgendwas, was nochmal irgendwie einen Reiz geben kann, um das mal in der Fitnesssprache zu sprechen. Und ja, wenn man dann natürlich hört, hey, die Idee war gut oder in der Szene habe ich gelacht, ihr müsst ja da auch keine Rezension oder Analyse schreiben. Sondern ein simpler Satz und was mich total überrascht hat, dass diese Frage nach Feedback wirklich mal gestellt werden muss. Das haben mir Katze und Wolf gesagt, seit sie auf ihrem Kanalgeburtstag-Stream gesagt haben, hey, gebt doch mal Feedback. Haben da Leute auf einmal angefangen, Feedback zu sagen? Also es ist nicht so, wie sich manche denken, das ist ja normal, wenn ich was sehe, antworte ich. Ne, so ist es nicht. Und deswegen jetzt nochmal die Challenge an euch da draußen und auch an die YouTuber. Gebt Feedback, wie der Zu schon öfter sagte. Gebt Video-Antworten, wenn jemand ein Video reinstellt. Schreibt etwas drunter. Oder ich habe in der Szene gelacht. Oder also, wenn ihr jetzt ein Video schaut, was euch über die ganzen drei Stunden, die normalerweise so ein Rollenspiel-Stream geht, gar nicht, aber auch gar nicht emotional irgendwo berührt habt. Okay, dann gebt kein Feedback. Dann schreibt wegen mir noch drunter, hat mich nicht berührt. Wäre dann wenigstens ehrlich. Muss ja jetzt keinen Daumen runter sein. Aber gut, bei so einem Feedback würde ich zumindest keinen Daumen hoch geben. Für hat mich nicht berührt. War jetzt auch nicht negativ, deswegen auch keinen Daumen runter. Aber wenn ihr irgendwo geschmunzelt habt, gelacht habt, gedacht habt, boah, was eine krasse Aktion. Oder was auch immer. Irgendwas, was eine Regelung in euch gemacht hat. Dann macht euch doch die Riesenarbeit, auf diesen Kommentar-Button zu klicken und das drunter zu schreiben. In der Szene habe ich gelacht. Ich habe mal was vorbereitet, wie das Jean-Putz, falls das noch jemand kennt, sagen würde. Genau auch solche Aktionen, nachdem das bei mir oder auch bei Katze und Wolf auf dem Kanal gesagt wurde, hey, gebt mal Feedback. Da haben schon Leute gesagt, boah, jetzt muss ich bei mich sogar auf dem Kanal Feedback geben als so viele Videos. Quatsch. Erwartung ist schon mal gar keine da. Es ist auch nicht, du musst jetzt unter jedes Video und so weiter, ist ja hier kein Job. Wir werden ja für nichts bezahlt. Weder wir als Produzenten oder SLs oder Spieler noch du als Zuschauer. Das ist so total Käse. Aber wenn dir was auffällt bei irgendeinem Video, was auch nicht jedes sein muss, wem tut das weh, das drunter zu schreiben? Zum Beispiel hätten wir hier von Yajirobi. Schöne Runde, coole Geschichte und klasse Charaktere. Insbesondere der Thorvala, Fragezeichen, Org, Fragezeichen, mit dem nordischen Akzent. Bin fast vom Stuhl gefallen, echt super. Hab gehört, für Rukala und Ophelius war das die erste Onnä-Runde. Dafür ein Kompliment hat man nicht gemerkt. Also hier haben wir eine ganz besondere Situation. Es haben gerade zwei neue Spieler das erste Mal Onnä-R geleitet und dann kriegen die so ein Feedback. Was für eine bessere Motivation kann es denn überhaupt für Menschen auf der Welt geben, zu sagen, es war eine gute Entscheidung, dass ich Onnä-R gemacht habe. Ich mache das wieder. Es macht mir Spaß. Ich mache eigene Runden. Ich suche mir Leute und bam, zwei neue Kanäle entstanden. Die ganze Community hat durch einen einzigen Kommentar einen riesen Aufschwung erhalten. Das ist die Macht des Wortes. Das ist die Macht von Kommentaren. Das müsst ihr euch mal einfach auf der kleinen Hirnrinde zergehen lassen, wenn ich mal Ken Jebsen zitieren darf. Oder von Genghis Khan. Juhu. Es geht weiter mit allem weiter. Freue mich sehr und fande wieder eine super Runde. Ich hoffe, Anastasia kann das was für Brynn tun. Und ich bin mir schon... Hatte mich schon bei seiner Erzählung gefragt, was das wohl war. Okay. Ja, ich habe gerade einen Knoten im Kopf. Ist aber auch egal. Das ist wieder eine ganz andere Art von Feedback. Genauso super, genauso wertvoll. Erstens mal, es ist eine Runde, die länger in der Luft hing, wo man dann gesagt hat, okay, wie wollen wir die weitermachen, wo es intern ein paar Diskussionen gab, wo man dann sagt, okay, wir machen da ein bisschen einen Relaunch und sind wieder gestartet. Und genau da kam das Feedback, es geht endlich weiter. Das heißt, unsere Entscheidung, die Runde weiterzumachen, war eine gute Entscheidung. Nicht nur für uns, sondern auch für dich als Zuschauer. Und das wurde uns gesagt. Das ist eine Qualität, das gibt es nicht. Das ist Endorphin in Wassereimern für den Kopf. Das ist ganz normal. Und natürlich wird gleich über den Plot mitgerätselt, beziehungsweise ich als SL habe direktes Feedback. Der Plot kam an. Der Zuschauer hofft, dass da was zu machen ist. Das heißt, richtig gemacht auf ganzer Linie. Besser kann nicht gehen. Dann ein Feedback. Nach diesem Teil muss ich einfach einen Kommentar da lassen. Es ist schön, dass das nach diesem Teil sein muss. Es war einfach der Hammer. Die Charakterentwicklung ist einfach unglaublich gut. Es macht immer wieder Spaß, euch zuzuschauen. Ich hoffe mal, dass der nächste Teil bald kommt. Und nochmal Hut ab für die Gruppe, wie er zusammengefunden hat. Hat echt Spaß gemacht, euch zuzuschauen. Das ist auch wieder so ein besonderer Fall für, dass man nicht die Unterhaltung gelobt hat oder irgendein Kram, der dazugehörte oder was der SL davor jongliert hat, sondern dass die Spieler sich entwickelt haben. Also man hat die Spieler gelobt für die Arbeit, die sie da reinstecken. Weil sagen wir mal ehrlich, es ist zwar Freizeit, es ist Hobby, das wir hier machen, aber wir stecken alle einfach Freizeitarbeit da rein. Wir könnten uns auch genauso gut jeden Abend einen Film reinziehen und uns dadurch unterhalten lassen. Oder sagen, ja, wir spielen halt einfach so über Skype, dann brauche ich nicht ein tolles Mikro, dann muss der SL sich nicht über irgendwelche Bildänderungen, Schnittänderungen, Musik oder so irgendwas Gedanken lassen. Wir hätten alle viel weniger Stress, aber wir hätten eins nicht, dich als Community mit dabei. Und das ist ja das, was wir haben wollen. Dich als Community mit an Bord bei uns. oder beziehungsweise in der Community drin. Die Community lebt ja nur davon, dass jeder mitmacht. Die einen leiten, die anderen spielen, die anderen streamen, die nächsten machen Blogs, die nächsten machen irgendwelche Berichte über was kommt jetzt Neues raus. Das ist alles gleich wichtig. Alles Teil der Community. Und wenn ein Teil der Community wegbrecht, wird die Community durchärmer. Und wie doch mal, um auf den ersten Kommentar zurückzukommen, durch einen Kommentar, eventuell zwei Leute aus der Community motiviert. Nicht nur als Forenmitglied irgendwo, ob das jetzt Bootschwerter, Tunnelor, Nordpol, was auch immer ist. Alle wichtig, alle gut, alle Teil der Community. Aber aus normalen Schreiber, das heißt Neues, das ist ein Bild aus normalen Schreiber, von jemandem, der bis jetzt nur geschrieben hat und am Tisch gespielt hat, zu sagen, okay, On-Air ist cool, Streaming ist cool, die Community wird einfach dadurch bereichert. Und das durch einen Kommentar. Dann ein Kommentar. Ach doch, der ist noch bei meinem Kanal, von Koali. Ja gut, es muss nicht immer so ein riesen ausführliches Ding sein. Also ich lese ihn jetzt nicht ganz voll. Ihr könnt ihn durchlesen. Es war einmal ein Lob an die Runde, dann eine Betrachtung von der Spielerin oder von dem Charakter, Spielercharakter, ne, Raider zu Magie. Was da noch Beschwörung ist, was nicht. Das kann ein Kommentar auch sein. Einfach in eine Diskussion einsteigen und wenn das den Spieler interessiert, dann wird er sich schon bei dir melden. Da kannst du aber Gift drauf nehmen. Und genau dafür ist es auch da. Kommentare schaffen zum Beispiel Grundlagen für neue Gespräche oder einfach mal, dass sich zwei Personen aufgrund dessen finden. Ich habe mal gehört, dass zum Beispiel Claudine und Sue sich durch eine Videoantwort von dem einen auf der anderen kennengelernt haben. So viel Macht haben, in dem Fall nicht nur Kommentare, aber generell Feedback. Darum Feedback Challenge. Das ist einfach unglaublich mächtiges und motivierendes Tool. So, jetzt habe ich noch zwei geklaut von einem anderen Kanal. Ich habe jetzt nicht nachgefragt. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Hotney und ja mehrere. Und zwar unter der ersten Erkeinen-Kodex-Runde, die der Hotney geleitet hat. Klasse erste Runde. Nach dem Präludien war mir nicht sicher, wie die Gruppe zusammenarbeiten wird. So langsam fügt es sich, aber ich glaube, es wird noch Konflikte geben. Vielen Dank für die tolle Unterhaltung. Also er, ganz klar, das ist ein klassisches Feedback. Das ist nicht einfach über den grünen Klee hinwegloben, was der Jerobe da gemacht hat. Er hat schon gesagt, er war da am Anfang skeptisch, hat sich die Sache weiter angeguckt, glaubt, dass es noch Konflikte gibt, was ja eigentlich für das Spannende sehr gut ist. Aber trotzdem, was heißt trotzdem, und hinterher nochmal danke für die tolle Unterhaltung. Das ist alles, was ein Feedback haben muss. Alles. Super, klasse, danke. Und jetzt natürlich mein persönlicher Liebling, der, von der Dame, war der Hotney und der Mera sehr geflecht, weil die sehr akribisch kommentiert hat. Und das fand ich persönlich so toll, dass ich das auf jeden Fall in dem Video noch erwähnen will. Also das ist wirklich, da haben die ganz, ganz viel Energie und Motivation rausgefunden, neue Projekte anzugehen, das Projekte, was sie verfolgen. Also ihr könnt nicht effektiver oder günstiger oder einfacher Streamer dazu motivieren, sich noch mehr reinzuhängen, noch mehr zu machen, noch tiefer in die Materie reinzugehen, noch mehr Selbstspaß an der Sache zu haben, wie so Kommentare abzugeben. Zum Beispiel jetzt hier von Nicole Bastigkeit, Huhu, habe heute mal angefangen nachzuschauen. Das war jetzt auch unter dem Preludium für die Arcane Codex Runde im hohen Norden, glaube ich, heißt es. Sorry dafür. Wow, ich bin platt. Echt schöne Runde. Bin auf den Rest gespannt. Liebe Grüße. Dann von Katze und Wolf beziehungsweise in dem Fall Hotney, Hallo Nicole, schön, wenn dich das Preludium angefixt hat. Dafür war es ja unter anderem gedacht. Dann wünschen dir viel Spaß bei den anderen Preludien. Von mir auch, weil es war ein Preludium von meinem Charakter, deswegen auch Dankeschön, viel Spaß wünschen. Und dann das, was wir am liebsten, wir als Streamer am liebsten lesen, vielen Dank. Bisher habe ich ihn. Ich brauche dringend mehr Zeit. Also mein Tagespensum an Zeit, das ich habe, reicht nicht aus. Ich will die Streams alle nachgucken. Und das ist natürlich was ganz Besonderes, dass man sieht, okay, da ist so ein bisschen Bedürfnis geweckt. Und ja, finde ich toll. Und also, ich habe das aus vielen Gesprächen mit Katze und Wolf rausbekommen, habe aber auch schon ein Feedback von anderen YouTubern, dass das einfach ein riesen Motivationsschub ist, wenn man da einfach einen Satz drunter lässt. Ich habe es ja schon mal gesagt, im Stream persönlich freue ich mich super, wenn die Leute Hallo sagen. Machen auch super viele Danke dafür. Es ist einfach so, hey, man trifft sich wie am Stammtisch oder hey, man, was auch immer, zeigt man es da und ist Teil der Sache und man hat nicht dieses Sende-Empfänger-Ding, wir blubbern raus und ihr zieht euch rein und alle sagen hinterher, so wie nach der, keine Ahnung, viermillionsten Folge DSDS, die du dir angeguckt hast. Ja, wo wollte ich jetzt hin mit dem Satz? Ich habe mich verhaspelt. Toll gemacht, Miska. Auf jeden Fall, wenn du schon mal Feedback irgendwo unter einem Streamer gegeben hast, sag schon mal in seinem Namen Danke auf jeden Fall. Der wird sich darüber gefreut haben. Der hat ja auch bestimmt schon Danke drunter geschrieben oder einen Daumen dafür oben gelassen. Jetzt gibt es natürlich noch die Zweifler, die dann sagen, hey Miska, aber ich kann mich daran erinnern, dass sich mal jemand beschwert hat oder zu einem gesagt wurde, wenn ich Feedback will oder nach Daumen hoch frage, bin ich eine Fame-Hure. Den Satz lasse ich jetzt mal kurz in der Luft stehen. Ja. Würde ich jetzt mal auf die Meta-Ebene zurückgehen. Solltet ihr noch nicht das Video Transaktionsanalyse von mir gesehen haben, guckt euch das mal an. Das geben wir jetzt mal wieder rein. Wenn dir jetzt jemand sagt, du Fame-Hure oder noch gehen wir simpler weg vom Stream, sondern von zu Hause. Du kommst nach Hause von der Arbeit, warst im Stau, bist vielleicht so ein bisschen genervt oder was auch immer, hast gleich den Kopf gerade mit anderen Sachen voll, fährst auf den Hof und da steht dann jemand, der zu dir sagt, boll, Idiot. Jetzt ist die Frage, steht da jemand, der wirklich nah an dir ist, deine Tochter, deine Frau, deine Mutter, wer auch immer, dann wirst du direkt, uff, was los, was passiert, ich bin noch nicht angekommen, schon direkt Idiot, was passiert. Das nimmt man sich zu Herzen. Wenn das jetzt irgendein Kumpel aus der Kneipe, aus der Schule ist, dann sagst du dem, hey selber Idiot, ich bin gerade gestresst. Und wenn das irgendeine Person ist, die du gar nicht kennst, die du noch nicht mal irgendwo, irgendwo mal gesehen hast, beim Einkaufen oder so, die sagt zu dir, hey du Idiot, dann denkst du dir, was ein Depp und gehst weiter. Und genauso ist das auch, wenn dir einer unter das Video schreibt, boah du Fame-Hure oder was auch immer, was ein Kack oder ja, das interessiert mich so viel, wie wenn bei mir im Garten eine Mücke fürzt. Ganz im Ernst. Wenn jemand nicht konstruktive Kritik abliefern kann, dann soll er es sein lassen. Okay, wenn ihm das wichtig ist, das runterzuschreiben, hey gerne, immerhin hat das was geschrieben. Wenn ihm das wichtig ist, nur einen Daumen runterzugeben, damit er den Mischka so richtig ärgern kann, hast du cool gemacht, denn es gibt nur einen Thumb-Count, keinen Thumb-Up, Thumb-Down-Count bei YouTube. Thumb-Down heißt auch Promoting fürs Video, also mach du weiter deinen Daumen runter, 10 wegen mir, mach dir 100 Accounts, mach 100 Daumen runter, läuft. Und, ähm, wenn du jetzt so einer bist, der dann sagt, ja, aber negatives Feedback, ich weiß nicht, das demotiviert mich, dann wieder zurück in die Transaktionsanalyse, du bist okay, ich bin okay, du bist okay, der hat mir schon gesagt, dass ich nicht okay bin, warum denke ich denn von mir auch, ich bin nicht okay? Da würde ich mir nochmal überlegen machen, Überlegungen anstellen, ähm, wenn ich so ein dünnes Nervengerüst hab, ist dann Streamen was für mich? Ja, ist es, Gottverdammt, natürlich ist Streamen was für dich, weil du dann genau dieses Nervengerüst verbessern kannst, weil du dann einfach ruckzuck merkst, was ist Feedback, das ich ernst nehmen kann, oder was ist Feedback, was ich einfach in die Tonne treten kann? Natürlich hab ich von Koali, von Claudine auch schon Feedback bekommen, was man nicht gerade als super positiv oder Lobhudlerei oder über den grünen Kleen wegloben, äh, abstempeln kann, sondern wo wirklich Kritik drin ist, oder Belehrung, aber da freue ich mich doch drüber, weil im besten Fall kann ich dabei was lernen, im schlimmsten Fall frage ich jetzt nach, war das wirklich so gemeint, oder kannst du mir das nochmal erklären? Aber es kommt immer was Positives dabei raus, und genau deswegen nochmal Feedback Challenge. Jeder, der das sieht, ob du Zuschauer bist, ob du Streamer bist, ob du, was auch immer, fühl dich gechallenged, Feedback zu geben. Wenn du Streamer bist, mach ein Antwortvideo, schreib drunter, ja, okay, ich antworte auf die Feedback Challenge und mache Feedback dazu. Ich finde das total doof, was du da gemacht hast. Ich finde das eine gute Idee, den Leuten mal zu sagen, das ist Feedback, Feedback ist uns wichtig, weil sollte eigentlich jeder wissen, dass Feedback wichtig ist. Wenn du, keine Ahnung, dein Kind nach Hause kommt, falls du ein Kind hast, und zeigt dir eine Klassenarbeit in Mathe, wo eine 2 draufsteht, und du gibst ihm nicht mal den Kopfnicken, sondern du gehst einfach wortlos weiter. Dann wird sich das spätestens nach dem 4. Mal denken, A, warum zeige ich meinem Alten überhaupt die Arbeit, und B, warum mache ich mir überhaupt so einen Aufriss bei der Arbeit? Ich könnte locker mit dem Hälfte der Aufwand eine 4 schaffen, hätte dann mehr Zeit zum Zocken oder zum Party machen, und das sind halt genährte Zweifel, die sinnfrei sind durch einen einfachen Satz, und du sagst, cool, ich bin stolz auf dich, du hast so eine klasse Leistung, und wenn du ein bisschen mehr Gas gibst, kannst du nächstes Mal 2 plus werden. Dann kannst du sehen, ob du mit dem Feedback und dem Antriggern des Ehrgeizes noch ein bisschen mehr rausholen kannst. Da kann man was kaputt machen, wenn man es übertreibt, aber in einem positiven Feedback so ein kleines bisschen Verstecken, da geht noch ein bisschen mehr, auch nicht schlecht. Oder der Klassiker, ich gebe es zu, ich bin schuldig, ich mache meiner Tochter, obwohl sie schon weit überwachsen ist, jeden Morgen noch Schulbrote. Ist aber auch was, was ich gerne mache, warum auch immer, muss ich jetzt hier nicht breitreten. und dann kommt sie irgendwann nach Hause und sagt, hey, du hast mir heute einen Apfel dazu gelegt oder, nein gut, Apfel ist jetzt sehr alltäglich, ein Stück Kinderriegel oder irgendwas, was nicht alltäglich ist, fand ich toll, eine tolle Abwechslung, danke dafür. Das hat sie keine 10 Sekunden gekostet, kein Geld, keine Energie, nichts, einfach ein bisschen Atem und mich hat das total motiviert, mich morgens, obwohl ich bis 8 schlafen könnte, trotzdem um 6 raus zu quälen und sagen, hey, ich mache dir Brot. So einfach ist es. Das ist die Macht von Feedback. Nutz deine Macht, nutz dein Feedback. Gib Feedback, du hast die Macht. So, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.